Ah! Oh je Mini! Abdi, abdi, abdi! Nein, nicht! Hallo, Schwester! War ich das etwa? Viel Spaß! Das ist ganz toll. Ich habe heute meine Premiere im Nashorn schüttert. Das ist die alte Betty, die ist ganz zahm und ganz lieb. Ja, greift gerne dazu. Ich glaube, die Äpfel müssen wir mindestens mal herbekommen. Ja, es geht alles reich immer. Das kriegst du alles weg, ja. Also Nassmann kriegt halt nicht nur mal schnell einen Apfel, sondern... Wir gleichen einen ganzen Eimer voll. Das ist, weil wir eine Packung Gummibärchen essen. Kriegt's auch nur zu früh rum. Oh, dann wundet ihr euch lieb, was ihr da habt. Los, komm mal raus hier. Na, das geht doch noch besser. Hier, 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 so, so. So komme ich vielleicht besser ran. Sehr schön. Das ist aber lecker. Ich gehe jetzt mal wieder. Ich hab da gewechselt. Ich hab da gewechselt. Ich hab da gewechselt. Oh. Ich wohne jetzt mal. Ich wünsche euch mal. Komm her! Sammam nein, wirklich gar nicht. Wir작erung! Der Milch limitations! Hallo, das war unser heutiger Besuch. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, schade, das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser. Juhu.